Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals, naja, für diejenigen unter euch, die den Motortemperatursensor in einem Sanyong mit einem 2000er Mercedes-Muttersuchen, hat uns ein Kollege das Fahrzeug gebracht, weil es einen Fehler im Sensor hatte und ich habe ihn nicht gefunden. Wir hatten schon einen und es war schwer ihn zu finden, aber am Ende haben wir ihn gefunden, sieh ihn dir an. Das ist der Motor, wir haben ihn entfernt, wir haben die obere Plastikabdeckung entfernt, ok, jetzt. Mal suchen, sehen wo es ist, mal sehen ob es gut aussieht, oben auf der Dieselpumpe, der Einspritzpumpe und unter dem Ansaugkrümmer, mal sehen ob es gut aussieht. Und da ist es ist, sieh es dir an, versteckt dort, was ich auch schon gesagt habe, es wird zwei Jahre dauern, seit wir auch ein Auto wie dieses haben, und wir haben lange gebraucht, um diesen Sensor zu finden. Ok, das funktioniert für jeder, der dieses Fahrzeug hat und diesen Fehler hat oder für andere. Mechaniker, die dieses Fahrzeug nicht hatten und ihnen diesen Fehler geben, da haben sie es, denken sie daran, es ist oben auf dem Boom-Benzin und unter dem Ansaugkrümmer, ok, nun, hier ist das Video, wenn es für dich nützlich war, vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Das Video. Untertitelung des ZDF, 2020